Hallo, hier sind wir von meine Monkeys, das ist die Dachsanalyse für Donnerstag, den 10.07.2024 und unser Dachs ist sicher weiter in die Tiefe geschrotet, nicht ganz so tief wie der eine oder andere in die Cs. Also ich rede jetzt nicht um der Jones, ja der Jones und so, der Überflieger, aber S&P, Nasdaq, auch Nikkei, also es gab schon einige, die ordentlich Federn gelassen haben, ganz so schlimm hat es unseren Dachs nicht erwischt, aber hat sich dennoch in eine Etage tiefer gelegt. Wir hatten gestern uns drüber unterhalten, über diese schöne Chance, die er jetzt hat, dadurch, dass er den Dienstag so aufgedreht hat, das tiefgestellt hat, den Tagesschus so schön formiert hat, hat drüber gesprochen, wenn er jetzt 580, 600 hält, dass er dann wieder hoch zur 700 kann und alles schön, vielleicht auch einen Rücklauf noch auf 530 und wieder nach oben. Aber all das eben nicht anwendbar und deswegen haben wir eben, oder habe ich schon vorsorglich gestern im Video, aber explizit eben auch betont, unser Dachs ist halt momentan hier noch im Seitwärtsmuster, das bleibt auch erst mal so, solange er oben oder unten nicht ausbricht und deswegen sollte man eben auch die Varianten mit betrachten, die entgegen der üblichen Lesart gehen, wie zum Beispiel, wenn er, wie haben wir es gestern gesagt, unter die 530 oder ich glaube unter 500, haben wir gesagt, nein, wenn er unter 500 fällt, habe ich gesagt, wird er wahrscheinlich auch auf die 400 runterfallen und von dort dann aber auch erst mal wieder hochziehen und das haben wir gesehen, ist hier unter die 400, sogar deutlich unter 400, hat sich im Target-Chart noch das Tagesband geschnappt bei 360, ist von dort dann gut 150 Punkte wieder hochgeschossen und dann sich so seitwärts auslaufen. Also auf jeden Fall, was allen Spaß macht, denen seitwärts gut liegt, das Dumme ist bloß, dass das am meisten eben einfach nicht liegt, ja, das ist einfach so, da hilft aber auch nicht jetzt hier irgendwie böse drin rumzubeißen, Trade-Anzahl zu erhöhen, großartig die Fehler bei sich zu suchen, das ist oft so, dass viele Trader dann da sitzen und denken, sie verstehen die Welt nicht mehr und warum kriegen sie das nicht gegriffen und am nächsten Tag nehmen sie sich noch mehr Zeit und probieren noch mehr Trades, probieren andere Sachen anzuwenden. Das muss man sich halt einfach bewusst machen, das ist halt eine Marktbewegung und insbesondere vor größeren Ausbrüchen, hoch wie runter zu, ja, also egal, ob der Markt längere Bewegung unten raus absolviert als auch oben zu, wird es immer ein bisschen gusselig, könnte man sagen, Ja, der Dachs immer manchmal ein bisschen, ah ja, ist schon so ein bisschen ein kleines Dreckschwein dann, ähm, tut oben unten Stenkramm, sodass eigentlich die, die long wollen, äh, frustriert sind, die, die short wollen, frustriert sind, dann sind sie auch irgendwie alle genervt, gehen sich gegenseitig an die Gurke, das sieht man momentan noch nicht, aber von der Bewegung her ist es eigentlich auf dem Niveau, also es wundert mich sogar ein bisschen, dass die Leute noch so lieb miteinander sind und so ruhig, weil genau sowas eigentlich immer dazu führt, dass die Leute sich dann alle gegenseitig an die Gurke gehen, der eine hat doch gesagt, es steigt, der andere hat doch gesagt, es fällt, am Ende macht der Markt weder das eine noch das andere, er schwänzelt hier einfach nur zur Seite, äh, kommt mal höher, kommt mal tiefer und immer wieder irgendwie zurück, ja, ohne, äh, das Signal zu geben und dann hauen sich immer alle die Köpfe ein, das ist noch nicht zu sehen, aber das ist häufig eben so vom Bewegungsbild halt sehr typisch, bevor der Markt in den richtigen Ausbruch reingeht und, ähm, um das vielleicht nochmal von oben abzugreifen, das habe ich gestern auch schon so ein bisschen vorweggenommen, ist dieser Ausbruch anhand dieses Muss das tatsächlich sogar noch ein bisschen leicht auf der Oberseite zu verfressieren, rein aus der Bewegungsfolge, wie wir sie jetzt drin haben, auch wenn es momentan nicht so aussieht, aber gerade dieses Antaschen hier oben an der Linie, das noch ein bisschen drüber schlagen von der Kerze, das wieder zurück, jetzt ist das so fast mittig in der Bewegung, aber das ist schon eigentlich gut passend, ja, um auch oberseitig vielleicht sogar nochmal einen Ausbruchsversuch zu stellen, der kam jetzt zum Mittwoch nicht, äh, zum Donnerstag hatte ich gestern dann so sinngemäß gesagt, könnte er dann schön das Wochenhoch stellen, das wird er ja natürlich jetzt überhaupt nicht hinkriegen, ähm, dennoch hat er aufgrund auch des starken Kontors vom mittleren Band weg, ja, also, ähm, diese fette grüne Kerze, die hat ja voll die Kraft aus der Abwärtsbewegung rausgenommen und, ähm, hat natürlich hier jetzt auch eine schöne Lunde an die Kerze dran geschraubt und das würde es dem Donnerstag zumindest ermöglichen, dieses Gap zu diesem, ähm, Dienstag hier zu schließen, also, ich würde unseren Dachs schon, wenn er jetzt hier steht, ich gehe nochmal auf die 2-Stunden-Schau zurück, wenn er sich jetzt hier steht und der, 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 der stellt sich hier nicht dumm an, ähm, dann sieht das für mich so und so so aus, ja, jetzt dreht er hier schon wieder ein bisschen auf der Linie ab, hier hat er jetzt auch dreimal dran rumgefummelt, ähm, und, und könnte jetzt nochmal probieren, sich hier so hochzustellen. Ich vermute nur, dass er dann 5,6, äh, 580, 600 anläuft, dann ist das eigentlich wieder so ein Long-Signal für alle, die dann denken, jetzt rennt er oben raus, und dass er dann auch bloß erstmal wieder nach unten kippt, aber, ähm, ich würde, stand hier tatsächlich sagen, so aus dem Stand, könnte er am Donnerstag tatsächlich sich gut nach oben verwirklichen, ja. Ja, Amerikaner, Nikkei, das ist alles recht schwach gewesen, wenn die ein bisschen zur Seite mal ausfahren, ein bisschen ruhiger sind, äh, könnte unser DAX das nutzen, um hier wieder ein bisschen rauszugehen, und würde tatsächlich, das wäre so ein bisschen mein Tagesziel, ja, für den Donnerstag, 580, 600, das wäre durchaus machbar, ja. Also, wenn er hier eine schöne grüne Stunde ganz vom Start weg hinkriegt, ähm, hätte er durchaus das Zeug dazu, sich da oben reinzurudern, ähm, und dann von oben wahrscheinlich aber eben auch wieder wegzudrücken. Das muss nicht unbedingt direkt von der 600 oder vom Gap Plus sein, es kann auch sein, dass er die Linie irgendwie nimmt, 610, 630, ähm, sich dann wegrudert, ähm, ist ein bisschen sportliches Programm, weiß ich, ist sogar ein bisschen viel verlangt, eigentlich angesichts der doch gar nicht so krassen Volatilität, und die letzten Donnerstagen waren eher alle ruhig gewesen, aber wir haben jetzt den Verfall vor uns, ja, ähm, der, der Juli-Verfall, der kleine Verfall steht an, und da sieht man häufiger am Donnerstag nochmal Bewegung, deswegen würde es eigentlich gut reinpassen. Ja, also dreht er sich hier auf, kriegt nochmal ein bisschen, der braucht nicht viel, der braucht nicht viel, der, ja, wenn der schon über 460 drüber geht, das hat ihm ja schon reichen, dann könnte er das einleiten, dann könnte er sich nochmal an die 500 krabbeln, natürlich nicht alles jetzt in der ersten Stunde, ne, das dauert alles ein bisschen, ja, aber 540 wieder an, äh, und dann hier die 580, 600 reinrennen, das wäre so für mich ein bisschen das Tagesprogramm, wenn er denn hier eben, ähm, ich sag mal eine 460, eine 460 überwindet, und ein bisschen positiv reinsteht, oder tut er das nicht? Vielleicht hätte er hier unten noch ein bisschen Platz, bis zu dem Band, das liegt so im Bereich um 390, nochmal Luft zu holen, aber tiefer, ich weiß ehrlich auch gar nicht, wie ich es handeln würde, ähm, um das gleich vorweg zu nehmen, tiefer, wäre für mich jetzt erstmal aus dem oberen Szenario raus, aber, ich gehe auch nicht davon aus, dass er da unten unbedingt geil auf der Short-Seite zu nehmen ist, denn, das ist so, er ist momentan auf der Oberseite wie Unterseite einfach ein bisschen störrig unterwegs, das haben wir sozusagen akzeptieren, das können wir auch nicht ändern, wenn wir ihn anblöken, oder, Bildschirm anschreien, die Tastaturen, die Maus draufhauen, äh, wilde Schimpfhörder dem zurufen, das installiert dann alles ein Scheißdreck, ne, es ist unser Dax, und unser Dax freut sich, wenn sich die ganzen kleinen Anleger, äh, wuschelig an ihm reiben, und ihr hart verdientes Geld verlieren, und das macht er gerne, und das liebt er, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die unten alle so ein bisschen auf den Short-Trichter kommen, und der dann aber auch nur wieder hier unten irgendwie ein neues Tiefsets, knapp unter das letzte, der war jetzt bei 3,50, 3,60 gewesen, macht vielleicht so die 3, 3,35, 2,80, hier so irgendwie in der Zone, ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass er die Linie hier unten ran nimmt, das wäre schon wieder zu sauber, und er ist ja gar nicht so sauber unterwegs, ja, dass er irgendwie da hier nochmal reingeht, 3,30, 3,35, 2,80, und von dort dann auch bloß wieder auftritt, und auf, äh, Tagesschluss vom Vortag zurückgeht, ja, also, das wäre für mich so dieses unteren Szenario, wir gehen runter, in, äh, ein 3,30, 2,80, drehen von dort dann wieder auf, und gehen auf, ja, 4,40 zurück, Tagesschluss hier, 4,35, ne, das wäre so ein bisschen das, das untere Szenario, das obere Szenario wäre eher so hin, in die 600 und wieder zurück, und, ich würde es vielleicht dabei auch einfach belassen, ähm, ein bisschen mit allem rechnen, müssen wir so oder so, das ist einfach der Marktlage geschuldet, wie gesagt, sucht da nicht zu sehr die Fehler bei euch, wer sich das schwer tut, nehmt es eher einfach hin, dass es so ist, das ist ganz, ganz wichtig als Trader, dass man das auch versteht, und dass man damit auch arbeitet, also, wer merkt, das liegt einem nicht, dann, dann ist nicht die, die Konsequenz, die ein jeder von euch jetzt treffen sollte, dass er jetzt da mehr Energie reinsetzt, oder plötzlich seinen kompletten Trading-Stil, nein, dass, die Konsequenz sollte für jeden sein, dass er dann sagt, dann, dann, dann klemme ich mir einfach, dass die Tage, solange er hier noch drinne steckt, und trade dann einfach weiter, wenn er aus diesem Zeitwertsmuster hier rausgeht, unten oder oben, ja, und dafür sind zum Beispiel die Tagesbände immer ein guter Signal, wenn er anfängt, aus den Bändern rauszugehen, natürlich kann es sein, dass man dann gleich das erste Signal nutzt, dass man dann erst mal nochmal verkackert wird, aber in der Regel fährt man damit wesentlich besser, wenn man dann sagt, okay, ich klemme hier einfach noch ein paar Tage, oder eine Woche, oder noch zwei Wochen, ja, bis er dann da rausgeht, und gehe dann wieder mit, wenn die Bewegung schön wird, wenn wieder Volumen reinkommt, jetzt ist ja auch nach wie vor noch Sommerloch, ne, viel Urlaubszeit, viele sind im Urlaub, ja, merken wir ja auch ganz deutlich, das ist einfach so, ja, das nützt auch mal nichts, wenn man sich drüber aufregt, und sagt, ja, Dax ist nicht Tradebau, oder so, das ist ja nicht, nee, das ist nicht so, ja, es ist einfach, die Art und Weise, wie man damit umgeht, oder als Trader, dass man sowas auch wahrnimmt, und dann eben seine Trades, und sein Risikomanagement, vor allen Dingen, da auch anpasst, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja, und dann sagt man halt, naja, das klemme ich mir heute, ja, gucke ich mir dann morgen rein, und dann ist es besser, mal einen Tag vielleicht ausgelassen, oder zwei, oder drei, als sich irgendwelche unnötigen Verluste reinzufummeln, auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, denen liegt das richtig gut, ne, die können sich da richtig eben verwirklichen, und dann sollten dann aber eben, das ist für diejenigen auch ganz wichtig, unbedingt aufpassen, wenn der dann aus den Mustern rausgeht, weil dann wird das, wie die gerade traden, nicht mehr so gut funktionieren, das ist immer wieder zu beobachten, da gibt es dann Leute, die traden hier jetzt seit einem Monat, richtig, richtig gut, die denken, jetzt haben sie endlich Trading verstanden, und dann geht der aus dem Muster raus, und plötzlich werden die völlig überrumpelt, und verklatschen die ganzen Gewinne, die sie die letzten vier Wochen haben, innerhalb von zwei, drei Tagen dann an die Wand, weil sie dann eben nicht umschalten, und das ist wichtig, das ist dieses Verständnis für die Marktphasenwechsel, das ist ganz wichtig, nehme ich mir auch in Seminaren immer viel Zeit für, das den Leuten richtig einzutrichtern, weil das ist elementar, also das ist ganz, 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 ganz wichtig, wie gehe ich damit um, wie ich den Markt erkenne, was macht der Markt gerade, und wie trade ich ihn, das muss ich anpassen, an das, was ich sehe, und das, was der Markt hier macht, das ist ja fast vorbestimmt, wir haben es gestern extra, extra, ich habe auch nochmal ausführlich drüber gesprochen, wenn er hier wieder umkippt, dann macht er die Kerze kaputt, geht nochmal tiefer, geht unter den 400, genau so hat er es gemacht, das ist ein negatives Szenario gewesen, dann hat er ausgespielt, und er ist auch wieder hochgekommen, genau so wie es gesagt wird, also Freunde, gerade wer hier Kopf hängen lässt, nicht Kopf hängen lassen, hängt den Kopf zur Seite, nehmt ein paar Tage, paar Wochen später wieder von der Wand, setzt euch wieder drauf, und macht wieder weiter, ja, aber da kann ich nur sagen, Kopf hoch, das ist halt, es ist, 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 ich weiß das, andere sagen, den Ducks kann man nicht trade, aber man sieht es doch, man weiß doch auch, an welcher Bewegungsphase sowas entsteht, und dann klammert man das aus, lässt das, akzeptiert das, sagt sich, okay, vielleicht gehe ich sogar unter 500 Short, haben ja heute auch einige gemacht, habe ich gelesen, ja dann, fein, ist doch super, dann nutzt man das eben für sich, dieses Gefummene, was er hier macht, oder man sagt halt, okay, ne, das ist mir zu doof, dann Pause, nächsten Tag, nächste Woche, oder wie auch immer, aber das müsst ihr aktiv entscheiden, was nicht gut ist, ist zu sagen, oh, das liegt mir überhaupt nicht, und schubt überhaupt nicht trotzdem wieder 5 Trades drin, das ist, das ist nicht richtig, ne, dann macht ihr gravierend was einfach falsch, ja, man tradet keinen Markt, den man gerade nicht gegriffen kriegt, oder der einem aktiv sagt, nicht richtig, ja, wenn ich Stop-Loss kassiere, nochmals Stop-Loss, nochmals Stop-Loss, nochmals Stop-Loss, dann lese ich den Markt gerade nicht richtig, dann habe ich aber auch die Finger erstmal davon zu nehmen, bis er wieder, das macht, was ich eben auch sehe, und das, was ich haben will, na, ist ganz, ganz, ganz wichtig, an der Stelle da einfach mal noch ein paar Minuten drüber verloren, weil ich glaube, das ist, ist einfach Typ, das ist gerade richtig, diese typische Stelle, wo die meisten richtig Fakt wären halt, ne, das ist immer, dass du, auch wo die sich die Köpfe einhauen, ich bin wirklich, wundere mich, dass die Kommentare überall, auch beim Chat, dass das noch so ruhig ist, das ist hier, genau so macht es der Markt ganz, ganz, ganz oft, bevor er wieder eine 1000, 2000 Punkte Strecke lang schrotet, wo dann keiner mit dabei ist, weil sie alle so genervt von diesem Seitwärts sind, und wenn er dann wirklich anfängt zu rennen, dann denken alle nach den ersten 100 Punkten, naja, der tritt doch eh gleich um, und dann rennt er aber wirklich durch, und dann kommt keine Sau mehr hinterher, und keiner traut sich mehr rein, weil er dann nächsten Tag mit dem Gap reinkommt, und dann streckt er sich so lang, dass einem das schon wieder zu weit ist, und zu übertrieben erscheint, und dann rennt er, und rennt, und rennt, und rennt, und alle gucken nur zu, das ist das Typischste, was der DAX vom Bewegungsverhalten marktphasentechnisch zu bieten hat, und das bahnt sich hier gerade an, mit so, also das ist, das ist wie die Kür gerade, ne, deswegen dahingehend noch ein paar Worte, dass ihr euch das einfach bewusst macht, ja, viele nehmen ja sowas schon wahr, aber deuten es falsch, oder deuten es gar nicht, das ist ja auch gefährlich, ne, deswegen dahingehend einfach noch ein paar Minuten heute mal mit rangehangen, in der Hoffnung, es hilft euch ein bisschen, die Lage auch im Blick zu behalten, und auch das Verständnis dafür zu schärfen, ja, dass man da nicht zu sehr vielleicht auch auf sich selber schimpft, und die Fehler an der falschen Stelle sucht, das ist ja auch manchmal sehr, naja, nicht kontraproduktiv, sondern kontraproduktiv dann, ja, gut, ich mache jetzt hier aus, lange genug geblabbert, wünsche euch viel Erfolg, was haben wir jetzt Donnerstag, und dann hören wir uns morgen nochmal, für die Anfälle zum Freitag, bis dann, tschüss. und dann hören wir uns,